Wenn ich mal einen Freund hab, dann bestimmt nicht so einen. Du bist doch noch grün hinter den Ohren. Ich hab ein Dutzend Verehrer. Um nun die Vorstellung der ersehnten Freundin und meiner Fantasie noch zu steigern, will ich dieses Tagebuch die Freundin selbst sein lassen. Alles Gute zum Geburtstag. Es ist für jemand wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sie später keiner, weder ich noch irgendein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird.